Herzlich willkommen zu diesem Tutorial zum Thema Ergebnisdarstellung im Text nach APA, und zwar sowohl nach APA sechster Auflage als auch nach der siebten Auflage. Die ganz überwiegende Anzahl der Punkte ist in beiden Auflagen gleich, aber wo es Unterschiede gibt, werde ich ausdrücklich darauf hinweisen. Begleitet wird dieses Video durch eine Checkliste, mit dem Sie dann am Ende Ihren Ergebnisteil systematisch überprüfen können. Zusätzlich habe ich auch eine Checkliste erstellt, wie man die Ergebnisse nicht im Text, sondern als Tabellen berichten kann. Für beide Checklisten finden Sie die Links in der Beschreibung vom Video. Zum Inhalt. Zuerst gehe ich auf einige allgemeine Punkte ein bei der Ergebnisdarstellung nach APA, dann auf Textformate, dann auf Zahlenformate, dann auf Regeln für Konfidenzintervalle, dann noch auf einige sonstige Regeln. Beginnen wir mit Allgemeinem. Für jedes Teilergebnis ist die erste Frage, was ist da die richtige Darstellungsform? Text, Tabelle oder Abbildung. Und die Darstellung als Text soll dann gewählt werden, wenn der Text übersichtlicher und besser als Darstellungsform ist, als Tabelle oder Abbildung. Insbesondere, wenn man bis zu drei verschiedene Zahlen berichtet. Wenn man Mittelwerte berichtet, sollte man zusätzlich sogenannte Variabilitätsmaße angeben. Wenn Sie statistische Tests berichten, dann sind standardmäßig zu berichten die Teststatistik, deren Freiheitsgrade, wenn es eine Statistik ist, die Freiheitsgrade auch hat, der genaue p-Wert und die Effektstärke. Das hier wäre ein Beispiel. Eine t-Statistik mit den Freiheitsgraden, mit dem Wert der Teststatistik, mit dem p-Wert und mit der Effektstärke, in diesem Fall Konzdi. Grundsätzlich gilt, im Text werden exakte p-Werte angegeben. Also nicht lediglich größer Punkt 0,5 oder kleiner Punkt 0,5. Das ist nur in Ausnahmen zulässig in Tabellen und Abbildungen. Kommen wir zu den Textformaten, wenn Sie die Ergebnisse darstellen. Buchstaben, die statistische Symbole sind, werden kursiv gesetzt. Zum Beispiel r, p, b als Regressionskoeffizient, n, t, d, f, s, d. Das gilt jedoch nicht für sonstige Buchstabenkombinationen, also ANOVA oder hier RMSEA als FIT-Index. Die gelten nicht als statistische Symbole und werden daher nicht kursiv gesetzt. Ebenfalls nicht kursiv gesetzt werden griechische Buchstaben, also ALPHA, BETA oder auch ETA beim ETA-Quadrat. Kommen wir zu den Zahlenformaten. Da, wo man im Deutschen einen Tausenderpunkt setzt, setzt man nach APA ein Tausenderkomma. Dafür gibt es aber Ausnahmen. Die zwei wichtigsten sind Seitenzahlen und Freiheitsgrade. Da wird kein Tausenderkomma gesetzt. Entsprechend setzt man da, wo man im Deutschen ein Dezimalkomma setzt, nach APA ein Dezimalpunkt. Dann ist nun die Frage, was macht man, wenn rechnerisch ein Wert von 0, noch etwas bei der Berechnung rauskommt. Bei denjenigen Größen, die theoretisch größer 1 oder kleiner minus 1 werden können, schreibt man dann vor den Dezimalpunkt eine 0. Also beispielsweise bei Teststatistiken oder bei der Effektstärke d oder beim unstandardisierten Regressionsgewicht b. Man setzt keine 0 vor den Dezimalpunkt bei den Größen, die theoretisch nicht größer als 1 werden können. Das ist zum Beispiel der Korrelationskoeffizient oder der p-Wert. Dann gibt es noch einen Sonderfall, das Beta. Das Beta als standardisiertes Regressionsgewicht kann in der einfachen Regression tatsächlich nicht größer werden als 1. In der multiplen Regression kann es in Sonderfällen größer werden als 1. Dennoch wird es üblicherweise ohne 0 vor den Punkt geschrieben. Es gibt auch ein Tabellenbeispiel im APA-Manual, wo es ohne 0 vor den Punkt geschrieben wird. Da wird also diese normale Standardregel durchbrochen. Kommen wir zu den Nachkommastellen. Teststatistiken, Korrelationen und Anteile werden grundsätzlich mit zwei Nachkommastellen berichtet. Bei den p-Werten gibt es einen kleinen Unterschied zwischen 6. und 7. Fassung von APA. In der 6. Fassung steht 2 bis 3 Nachkommastellen für p-Werte, kleinere p-Werte eher mit 3 Nachkommastellen. In der 7. Fassung heißt es einfach nur 2 bis 3 Nachkommastellen bei p-Werten. Ich würde allerdings auch nach der 7. Fassung grundsätzlich zumindest kleine p-Werte immer mit 3 Nachkommastellen berichten. Sonst kriegen Sie ein Problem, wenn Sie einen p-Wert von Punkt 0,5 haben. Ist das jetzt abgerundet von Punkt 0,5,2 und nicht signifikant? Oder aufgerundet von Punkt 0,4,8 und signifikant? Insofern auch nach APA 7 würde ich insofern zumindest kleine p-Werte immer mit 3 Nachkommastellen berichten. Wenn Sie nicht beispielsweise alle mit 3 Nachkommastellen berichten, was dann die einfachste Lösung wäre. Es gibt keine p-Werte von Punkt 0,0,0. Stattdessen muss man dann schreiben p kleiner Punkt 0,0,1. Das ist aber auch das einzige Mal, wo p kleiner irgendwas auftauchen darf im Text. Ansonsten immer genaue Werte berichten. Eine Neuerung in der APA 7. Auflage. Mittelwerte und Standardabweichungen aus Integer-Skalen, also aus Skalen, die nur aus Ganzzahlen bestehen, sind mit einer Nachkommastelle darzustellen. Und das sind eigentlich fast alle normalen Fragebogenskalen. Also Rating-Skala, Likert-Skala, semantisches Differential. Kommen wir dann zu den Konfidenzintervallen. Die sind zu berichten in eckigen Klammern und getrennt von einem Komma. Außerdem ist vorne das Konfidenzniveau darzustellen und die Abkürzung CI für Konfidenzintervall. Die Messeinheit wird dann nicht wiederholt, wenn vor dem Konfidenzintervall der Mittelwert angegeben ist und da schon die Einheit steht, wie in diesem Fall Millisekunden. Wichtig noch, die gesamte Angabe zu den Konfidenzintervallen wird nicht in Klammern gesetzt, weil man dann eine runde Klammer hätte und da dringend dann unten 95% CI und dann eine eckige Klammer. Und generell nach APA sind verschachtelte Klammerkonstruktionen nicht gewünscht. Insofern stattdessen Konfidenzintervalle immer mit Komma nachstellen. So, dann kommen wir noch zu den sonstigen Regeln, die relevant sind für die Ergebnisdarstellung im Text. Für Teststatistiken, zu denen Freiheitsgrade gehören, sind die anzugeben. Und bei der F-Statistik immer daran denken, dass Sie da immer zwei Freiheitsgrade haben. Zähler- und Nennerfreiheitsgrade. Wie eben schon angedeutet, es gibt keine doppelten Klammern. Das heißt, wenn Sie eine Teststatistik berichten mit Freiheitsgraden, wo Sie ja zwingend die Klammer für die Freiheitsgrade brauchen, dann dürfen Sie das nicht in Klammern setzen nochmal, sondern stattdessen wird es mit Komma nachgestellt. Das heißt, erst kommt die inhaltliche Aussage und dann Komma und dann Teststatistik, P-Wert und so weiter und so fort. Nach Satzzeichen stehen Leerzeichen, so auch nach dem Komma und entsprechend eben auch nach dem Komma des Zählerfreiheitsgrades der F-Statistik. Sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus am Anfang. Kommen wir zur Darstellung der Stichprobengröße. Da wird unterschieden zwischen der Gesamtstichprobe und der Teilstichprobe. Die Gesamtstichprobe wird mit einem großen N abgekürzt. Die Teilstichproben, wenn beispielsweise Teilgruppen dargestellt werden, mit einem kleinen N. Wenn Sie in einem normalen Fließtext einen statistischen Begriff verwenden, dann verwenden Sie den Begriff und nicht die Abkürzung. Es heißt also der Mittelwertbetrug, dann der entsprechende Wert, und nicht der M-Betrug oder die SD-Betrug. Das darf man nicht schreiben. Anders ist, wenn die nachgestellt werden oder in Klammern gesetzt werden. Dann kommt die Abkürzung. Und in Klammern hat das ausgeschriebene Wort nichts zu suchen. Also eben nicht Klammer auf Mittelwert gleich. Die Abkürzungen für statistische Symbole, die Sie verwenden, sollten Sie abgleichen mit den entsprechenden Listen aus dem APA-Manual. Da gibt es im jeweiligen APA-Manual auf mehreren Seiten eine Darstellung, wie was abzukürzen ist. Und diese Abkürzungen sollten Sie auch verwenden. Für die siebte Fassung APA gibt es noch eine Besonderheit. Ausdrücklich ist es so, dass Abkürzungen für Statistiken sowie auch die griechischen Buchstaben nicht eingeführt werden, wenn die auf diesen Seiten, in dem Fall 183 bis 186, verzeichnet sind. Die haben dann nach meinem Verständnis auch nichts zu suchen in einem Abkürzungsverzeichnis. Beispiele wie M, SD, R. Die verwenden Sie einfach, ohne zu schreiben beispielsweise, was SD bedeutet. Anders ist das bei den sonstigen Abkürzungen. Die werden eingeführt, auch dann, wenn sie auf diesen Seiten im Abkürzungsverzeichnis aufgeführt sind. Was nach meinem Verständnis eben die Folge hat, dass die auch ins Abkürzungsverzeichnis gehören. Und was zur Folge hat, dass man sie auch in jeder Tabelle, wo man sie verwendet, unten in den Anmerkungen nochmals erklären muss. Weil eine Tabelle ja selbstständig, lesbar und verständlich sein muss. Beispiele hier wären AIC als Fitindex, ANOVA, CFA, SEM. All diese Abkürzungen führen Sie das erste Mal, wenn Sie sie in Ihrer Arbeit verwenden, ein. Danach verwenden Sie die als Abkürzung weiter. Damit sind wir am Ende des Tutorials angelangt. Ich hoffe, es war hilfreich für Sie. Meine weiteren Statistik-Tutorials finden Sie auf meiner Internetseite.